Gut geschminkte Wimpern öffnen das Auge, umschmeicheln es und intensivieren den Blick. Die Mascara von Strong Cosmetics ermöglicht nicht nur all das eben Angesprochene, sondern pflegt die Wimpern auch noch dabei. Außerdem ist sie 100% tierversuchsfrei und augenärztlich getestet. Dieses hochwertige Produkt und ein praktischer Kosmetikbeutel im Look eines Mini-Turnbeutels versteckt sich hinter unserem heutigen Türchen und wartet darauf, gewonnen zu werden. Alles, was Sie machen müssen, ist mitmachen. www.anixahd.tv slash Gewinnspiel eingeben oder bei Facebook über Anixer eine PN mit dem Hinweis Mascara schicken. Und schon gehören die Preise Ihnen. www.strong-fitness.de hat aber noch viel mehr zu bieten. Stümmern Sie doch mal im Internet, es lohnt sich.